Stadtvillen sind gerade im Trend. Warum? Weil die Grundstücke immer kleiner und teurer werden und man muss gucken, wie man ganz viel Platz gewinnen kann. Und eine Möglichkeit ist zum Beispiel, dass man eine Stadtvilla kauft. Die hat auch einen kleinen Vorteil gegenüber dem Satteldachhaus. Man hat nämlich oben im Dachgeschoss eine komplette Vollgeschossigkeit. Das heißt, man kann den Raum im Dachgeschoss genauso nutzen wie im Erdgeschoss. Obendrauf setzt man in der Regel noch ein flaches Zelt oder Wallendach und hat so den Raum optimal ausgenutzt. Sollte das so sein, dass Sie auch eine Stadtvilla bauen möchten oder müssen, weil man eben wenig Platz hat, empfehle ich Ihnen außerdem mit Fertigkeller zu bauen, weil dadurch gewinnen Sie zusätzliche Fläche. Und es geht nicht nur um die zusätzliche Fläche, die man gewinnt, die ja extrem wichtig ist, wenn man kleine Grundstücke hat oder in der Stadt wohnt, wo Platz eh immer sehr knapp ist. Es bringt auch den großen Vorteil mit, dass Sie dann einen wesentlich höheren Wiederverkaufswert später haben, falls Sie Ihr Haus mal verkaufen möchten oder müssen. Also, wenn Ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche, jedem zu antworten.